Kärntens eine schwierige Geschichte und seine häufig traumatisierten Menschen waren immer wieder das Thema der Literatur. Das wohl berühmteste Beispiel für eine jahrzehntelange Beschäftigung mit der Heimat ist der Büchnerpreisträger Josef Winkler. Jetzt hat mit Julia Joost eine ganz neue Stimme die Bühne der Literatur betreten. Auch sie stammt aus Kärnten und veröffentlicht bei Surkamp. Julia Joosts Debütroman trägt den Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Etwa 40 Kilometer von diesem Gipfel entfernt steht nämlich der Gasthof Gratschbacher Hof und damit der Ort, wo das Mädchen aufgewachsen ist, das sich unter einen LKW zurückzieht, um alles ganz genau zu beobachten. Sie ist allerdings kein Opfer, sondern eher eine moderne Pippi Langstrumpf, die sich die Welt auch gerne so denkt, wie sie ihr gefällt. Dass an sie ein Physik-Nobelpreis verliehen wird, gehört selbstverständlich dazu. Sie ist anders als andere Mädchen und wäre eigentlich viel lieber ein Bub. Diese Zwölfjährige ist wunderbar altklug voller Schalk und ihr kann niemand etwas vormachen. Sie ist in dieser Geschichte nämlich mittendrin und gleichzeitig hat sie so viel Distanz, dass das Lesen dieses Buches trotz der Momente, die an den Nieren gehen, ein großes Vergnügen ist. Und das klingt dann so. Katharina Knapp liest Auszüge aus Julia Joosts Debütroman. Meine blonden Härchen an Armen und Beinen stehen spitz aus kleinen Kratern hervor. Mir wird langsam kalt unter dem LKW. Ich löse die oberste sonnenverbrannte Schicht vom linken Ellbogen und esse die Hautfetzen auf. Sie schmecken nach Erde, vermerke ich im Gedankennotizbuch. Drehe mich auf den Bauch und schaue hinaus auf die Wiese. Frau und Herr Wutzegaunig sind angekommen. Der Wutzegaunig ist an seinen geflochtenen Ledersandalen erkennbar, sie am Saum ihres Kleides und an den elefantengrauen Gesundheitsschuhen. Von weiter her mischt sich das Mäuseln eines Sperbers in unsere Gartengeräuschkulisse. Soweit ich mich erinnern kann, ist es das allererste Mal, dass sich das Messner-Ehepaar wieder bei uns blicken lässt. Seit der Muldengeschichte sah ich sie kaum noch. Und wenn, dann ausschließlich im Fahrhof. Einmal saß ich mit Luca auf der Friedhofsmauer, als ein streunender Hund vorbeikam. Sein rechter Hinterlauf lahm, das Fell abgewetzter als mein liebstes Stofftier. Ein Ohr hing, das andere, geschlitzte, stand, sein Obachtohr. Der Hund hartstirr und knatterte an uns vorbei, rieb sich an der Mauer und ich spuckte hinunter, um seinen kopierten Schwanz zu markieren. Ich scheiterte. Der Hund ist wie du, analysierte Luca. Na, das ist der Herr Wutzegaunig, flüsterte ich, weil der Streuner sich genau da in Luft auflöste, wo der Wutzegaunig mit seinem Privatgießkännchen um die Ecke bog. Grüß Gott, Herr Messner. Er ließ das Gießkännchen fallen, der Inhalt bewässerte Löwenzahn. Der Messner stand relativ blass da, schließlich saßen wir auf der heiligen Mauer. Ich bemühe mich zu erkennen, ob der Saum von Frau Wutzegaunigs Kleid die zehn Zentimeter langen Grasspitzen unseres Gartens berührt. Denn Frau Wutzegaunig hebt ihr Kleid nie an, egal ob Schnee oder Gatsch. Die Knöchel der Werten Wutzegaunig, wie Don Markus ihn nennt, haben bedeckt zu bleiben. Deshalb ist der Saum ihres Kleides immer verdreckt. Unter den Knöcheln trägt sie offene Orthopädie-Schuhe mit Klettverschluss. Jetzt setzen sich die Wutzegaunigs neben meine Mutter auf die Bank. Sie sitzen da, als hielten sie Leichenwache. Sie können überhaupt nur so sitzen. Wie sie bei Franzis Leichenwache saßen, sitzen sie in unserem Garten am alten Wohnhaus. Frau Wutzegaunig stellt ihre Tasche neben der Bank ab und holt Häkelzeug heraus. Das Garnknäuel fällt auf den Boden, sie hebt es auf. Die Frau Wutzegaunig häkelt eine Gardine, auf der eine Kapelle abgebildet ist, erzählt mir mein Bruder Thomas, nachdem er auf seiner eklatant lauten Puch-Maxi in den Hof gefahren kam und sich zu mir neben den LKW gehockt hat. Langsam kennt wirklich jeder mein Versteck. Ein Teil des Auspuffs wurde Thomas von der Sachs-Gang abmontiert, deswegen ist sein Moped dermaßen laut. Immer demolieren sich die beiden Bubengruppen, die Puch-Maxi und die Sachs-Gang, gegenseitig mutwillig ihre Maschinen, um dann freudestrahlend und angeberisch der eigenen Bande vorzuführen, wie ausgezeichnet sie ihr Gefährt diesmal repariert und aufgemotzt haben. Meine Eltern hatten Thomas trotzdem verboten, mit der Puch-Maxi zu Franzis Beerdigung zu fahren, obwohl er sie dafür extra geputzt und mit einer schwarzen Fahne am Ende des Sitzes versehen hatte. Moped und Beerdigung gingen für meine Eltern nicht zusammen. Am Morgen der Beerdigung, am 19. September 1989, teilte ich mir wie so oft mit dem Vater das Badezimmer, während die Mutter observierend der Putzfrau nachschlich und sich drastisch in Richtung meines Vaters beklagte, das Wohnhaus sei jetzt langsam und unwiderruflich zu klein für unseren angehäuften Besitz. Unwiderruflich. Alles roch nach der väterlichen, florentinischen Pro-Raso-Rasiercreme, die er sich mürrisch auf die Wangen strich. Die Mutter stichelte, dass selbst die Garage zu klein würde und ob der Vater sich etwa ein Leben ohne Mercedes vorstellen wolle und zählte weitere unverzichtbare Besitztümer auf sowie das jeweilige Abstrahlen dieser Besitztümer auf die Familie, wodurch am Ende herauskam, dass die zu gewinnenden Freunde der Familie ganz andere wären, aber wirklich ganz andere, gäbe es das schöne Abstrahlen der Gegenstände nicht. Der Vater, im Kontrapost vom Spiegel stehend, legte derweil Stück für Stück mit knisterndem Schnitt sein Marmorgesicht unter dem Schaum frei. Danach war ich dran. Mit eingeübten Griff übernahm ich Karl Königs in goldgefassten Rasierpinsel und kleckste mein Gesicht ordentlich voll. Die Rückseite seines Hornkamps, den er im Lederetui aufbewahrte, diente mir als Klinge. Lange und genussvoll schäumte ich mich ein, bevor ich rasierte. Erst die Wangen, dann den Hals. Immer in Bartwuchsrichtung. Zum Schluss schob ich meine Zungenspitze zum unteren Lippenbändchen hin, um mir die Rasur am Kinn zu erleichtern. Am liebsten hätte ich den Vorgang wiederholt. Mich zweimal, dreimal, viermal rasiert. Ich wollte die Schichten meiner Kindheit nacheinander abtragen und so mein Erwachsenes und Autonomes Selbst, das schon ungeduldig darunter wartete, endlich hervorholen. Der Vater spülte den Schaum von meiner Kammklinge herunter, während ich durchs Fenster auf unsere kahlen Obstbäume schaute, die niemals auch nur eine einzige Frucht getragen haben, aber jedes Jahr, wenn der Mond dort stand, wo er dafür hingehörte, gestutzt, veredelt und liebkost wurden. So wie der Vater mein Rasiermesser wieder in seinen Kampel zurückverwandelt hatte, scheitelte er meine dünnen Strähnen exakt in der Mitte. Waren meine Haare getrocknet, stand mir ein kleines Büschel an der Schläfe spitz nach oben weg. »Du verzirkst sie jo regelrecht zum Burm, Kali!« sagte meine Mutter scharf im Vorbeigehen, als wäre ich taub für solcherlei Sätze, wohingegen ich in Wahrheit höchst sensibel dafür und auf das Allerpeinlichste aufmerksam war. »Former, bitte!« raunzte mein Vater zurück, hüpfte in seine frisch aufgebügelte Anzughose und verließ das Haus fluchtartig zum Auto. Während der Motor des Mercedes-Benz 200 bereits lief, rauchte er eine Zigarette. Er zog so fest daran, dass sie mit nur einem einzigen langen und tiefen Zug aufgeraucht war. Ich kabelte mit meiner Eukalyptus-Rasiercreme-Wolke durch seine Rauchwolke hindurch auf die Rückbank, verschanzte mich unter dem Kopfhörer meines Sony-Walkmans und träumte mich als Faun, zur Popmusik tanzend. So fuhren wir nach St. Martin-Lavnit auf Franzis Beerdigung. Thomas ging zu Fuß, aus Protest wegen seines Mopedverbots. Die Dorfkirche von St. Martin-Lavnit steht gleich neben meiner Volksschule und ist Mittelpunkt des 60-Seelen-Dorfes. Auf dem Friedhof liegen mehr Menschen, als das Dorf Einwohner hat. Wenn man die Kriegsgefallenen mitzählt, vermutlich dreimal so viele unter der Erde und unzählige weitere in der Knochenkammer, gleich neben der Sakristei. Bestimmt Abermilliarden Maden kriechen unter unseren Fußsohlen, wenn wir uns auf einem Friedhof aufhalten. Und damit erklärte ich mir auch, warum sich unsere Dorfkirche an der Ostseite leicht abgesenkt hatte. An der Friedhofsmauer befanden und befinden sich zwei große schwarze Gedenktafeln für alle Gefallenen aus dem Ersten und alle Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. In Ehre für Gott und Vaterland. Vorbei an dieser sogenannten Ehre für Gott und Vaterland führt der Weg auf katholisches Hoheitsgebiet. Im Kirchenschiff stehen links und rechts jeweils acht Bänke, die so dünn mit rotem Filz gepolstert sind, dass sie trotzdem hart bleiben. Es handelt sich um eine romanische, eine gequaderte Kirche mit Absis. Die Sakristei ragt rechts etwas über das Schiff hinaus, darüber liegt der Kirchturm. Der Glockenzug wird von Frau und Herrn Wutzegaunig zu jeder vollen Stunde bedient. Egal was ist, die Wutzegaunigs folgen stündlich ihrer inneren Uhr, um ihrem Gott die Glocken zu läuten. Einmal erzählte Herr Wutzegaunig uns Kindern, dass das Überleben im Dorf, dass es einzig und allein dieser Kirche zu verdanken sei. Er lotste uns an eine Stelle direkt vor der Absis, wo unter dem Teppich ein schmales Loch im Boden war. Der Wutzegaunig klärte uns auf, dass hier ein Tunnel direkt zum steinernen Kleinviehkäfig vor dem Kircheneingang führe. Und als die Dorfbewohnerinnen und ihre Männer und Kinder sich bei der Türkenbelagerung, wie er sagte, im Jahr 1483 allesamt in der Kirche versteckten, kletterten die Osmanen einer nach dem anderen über den Kleinviehkäfig durch den Tunnel ins Innere, wo dem ersten von ihnen seine Klinge abgenommen wurde, mit welcher allen folgenden Eindringlingen, so wie sie aus dem Loch herauskamen, mit einem sicheren Hieb der Kopf abgesäbelt wurde. Weil die Hinteren nicht wussten, was vorne passierte, drückten und schoben sie ihre Brüder in den Tod. So hat es der Wutzegaunig uns Kindern erklärt. Und seitdem schaute ich während der Heiligen Messe immer, ob ich irgendwo einen Sprenkel Blut entdeckte. Nur bei der Beerdigung unseres Mitschülers Franzi schaute ich nicht. Es war die erste Beerdigung, an die ich mich erinnern kann. Bei der Totenwache, drei Tage vor der Beisetzung, hatte sich im Lauf des Abends das halbe Dorf zu den wachenden Wutzegaunigs vor der Kirche gesellt. Gernot Pfandl war nicht gekommen, aber andere Feuerwehrmänner. Der Nachbarsbauer Fockenhocker nahm ausnahmsweise seinen Hut ab. Meine Eltern waren mit Thomas, Johann und mir zur Kirche gefahren. Die Buschenschankbesitzerin Marlene Wallach brachte Obst und Schnaps. Auch die Eltern von Andreas, Ludwig und Carla standen parat, mit Ausnahme von Carlas Mutter, die nach wie vor als verschollen galt. Die Volksschullehrerin Frau Dolinig ließ sich samt Ehegarten blicken und der Pfarrer Don Marco war zur Stelle. Nach einer Weile der Ratlosigkeit gingen alle hinein und fingen mit dem Beten an. Herr Wutzegaunig teilte Rosenkränze aus, die Wutzegaunig machte das Kreuzzeichen vor. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Und das andächtige Gemurmel nahm für die nächsten Stunden seinen Lauf. Mein Vater wusste nicht recht, was er mit dem Rosenkranz anfangen sollte. Er spielte damit herum, bis die Kette riss und alle Holzperlen auf den Boden rieselten. Das klang wie eine Bewässerungsanlage. Herr Wutzegaunig prüfte sein Hörgerät und meine Mutter boxte meinen Vater fest in die Rippen. Am Ende der Totenwache schauten alle ein letztes Mal in den offenen Sarg zum Franzi hinein, bevor der Pfarrer Don Marco ihn für immer schloss, seinen Leib darin einfangend. Die arme Seelenglocke halte schauerlich. Franzis Eltern, Herr und Frau Ruck, hatten in der letzten Reihe Platz genommen. Dort blieben sie lange sitzen, bis weit über das Rosenkranzbeten hinaus, das beinahe die ganze Nacht in Anspruch nahm. Ich glaube, bis zum Begräbnis selbst saßen sie da. Drei Tage lang. Am dritten Tag nach der Leichenwache läutete wieder die arme Seelenglocke. Der Pfarrer Don Marco kam zur Trauerfeier herein, hinter ihm die Messdiener, der Lindwurm Ludwig und Adi aus meiner Klasse. Die Kirche sah an diesem Tag ganz anders aus als sonst, fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Nicht unbedingt wegen der vielen Lilien, deren Duft sich mit dem Weihrauch mischte und mir schwer im Magen lag, oder wegen des weißen Tuchs über dem Altar mit dem aufgestickten Spruch Gottes Wille ist unergründlich, noch wegen der schwarzen Kleidung, die alle gleich aussehen ließ und aus der die Menschen mit fahlen Gesichtern herausschauten. Mir kam es vielmehr so vor, als wäre die Welt aufgebraucht und alles, was aus ihr hervorging. Ich hielt mich am Rock meiner Mutter fest, denn sie war zu aufgelöst, um daran zu denken, mir die Hand zu reichen. Ich hörte es aus allen Richtungen weinen. Die alten Männer in den hinteren Reihen räusperten ihr bassiges Schluchzen vor sich hin. Mein Vater setzte mich auf die Bank neben sich, obwohl ich schon groß genug war, um mich selbst zu setzen. Ein Kleinkind schrie und wurde hinausgebracht. Aber ich hörte seine Schreie noch, hörte es dumpf in die Kirche zwöhnen, fast die ganze Trauerfeier lang. Requiemeterna donais, sagten Don Marco und seine Gehilfen auf, während sie nach vorne gingen. Nach jedem Schritt blieben sie kurz stehen, um erst am Ziel anzukommen, wenn keine lateinischen Verse mehr übrig waren. Der Knabenchor St. Fraten schmetterte sein Kyrie von der Galerie herunter. Ewige Ruhe gib ihnen her und ewiges Licht leuchte ihnen. Zu dir wird alles Fleisch kommen. Der beste Sänger des Knabenchores ergoss sein dreigestrichenes Zeh auf uns herab. Plötzlich machte es einen Rumpler und Franzis Mama lag zwischen den Bänken am Boden. Herr Ruck half ihr wieder auf. Ich glaube, er sah sie kaum durch die Tränen in seinen Augen. Frau Ruck rappelte sich hoch und die Trauergemeinde hustete. Wie sie immer hustete, sobald ein Lied zu Ende war. Nach der Messe, draußen, standen wir noch eine Weile am offenen Grab, bis der Kindersarg von Herrn Ruck und Herrn Wutzegaunig ins Erdloch hinuntergelassen wurde, was mich daran erinnerte, wie wir den Franzi in den Brunnen abgeseiht hatten. Dann warfen alle eine kleine Schaufel Erde und Blumen hinein und Don Marco beendete die Feier, indem er stockend die Speiseabfolge des Leichenschmauses vortrug und die Küche des Wirtshauses ausdrücklich lobte. Wir fuhren im Konvoi. Herr Wutzegaunig allen voran. Co-Pilotin war seine Frau und auf der Rückbank entspannte sich der Pfarrer. Gernot Pfandel wartete schon auf uns Mit einer windigen Ausrede beteuerte er, warum er an der Beerdigung selbst nicht hatte teilnehmen können. Frau Wutzegaunig ging deswegen mit einem Blick an ihm vorbei, schneidender als die Säbel der Osmanen war dieser Blick. Und Herr Wutzegaunig schüttelte auf Gernots Krias Eng, demonstrativ seinen kahlen Kopf, griff nach der Hand seiner Gattin und hakte die Gattinnenhand bei sich ein. Mein Papa und ich blieben ein paar Minuten länger draußen im Auto und hörten Radio, um von der emotionalen Trauerfeier etwas Abstand zu bekommen. Die Radiostimme erinnerte daran, dass genau vor einem Monat die Grenze zwischen Ungarn und Österreich zum ersten Mal für wenige Stunden geöffnet wurde und ungezählt viele Ostdeutsche zu Fuß ins Burgenland rannten, um aus der DDR drüben zu uns herein zu flüchten. Die Grenzpolizei und das Militär schauten einfach zu. Damals, am 19. August 1989, saß der Nachbarsbauer Vulgo Fockenhocker bei meinen Eltern im Gasthof Gratschbacher Hof am Stammtisch und lauschte den Nachrichten. »Ach kommen die Russen einer?« fragte er entgeistert. »Na, nur die Deutschen«, gab mein Vater zurück. Darauf sprang der Fockenhocker Kreidebleich auf, Kreidebleich, und machte sich eilig davon. Angeblich hatte er sich im Krieg den Partisanen angeschlossen und rechnete nun seit Kriegsende damit, dass ihn die Deutschen fassen und einsperren würden. Es ist den deutschen Touristen jedenfalls nicht zu verdenken, dass sie den Fockenhocker unfreundlich oder zumindest merkwürdig fanden, wenn er sich auf ihr Moin oder Tag hin bei einer Begegnung am Spazierweg in eine Wolke auflöste oder ad hoc ins Maisfeld abbog und sie ungegrüßt zurückließ. Der Vater und ich hörten uns den Radiobericht über das paneuropäische Picknick inklusive eines kleinen Radioporträts über Otto von Habsburg jedenfalls zu Ende an und folgten dann den anderen zum Leichenschmaus. Im Wirtshaus spielte der Sohn und Disc-Jockey des Hauses Sleeping with the Past von Elton John. Zuerst wurde eine Frittattensuppe serviert, dann ein kleiner Kartoffelsalat zum Wiener Schnitzel und als Nachtisch gab es Eisballatschinken. Franzes Lieblingsmenü. Im Anschluss sangen wir Kinder der zweiten Volksschulklasse St. Martin Lafnit ein mit der Religionslehrerin und Herrn und Frau Wutze Gaunig eingeübtes, anteilnehmendes Lied, das ich mit der Triangel begleiten durfte. In den Radiogeschichten hörten Sie einen Auszug aus Julia Joosts Debütroman »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht«, erschienen im Surkamp Verlag. Gestalterin der Sendung war Michaela Monschein. SWR 2 lesenswert Kritik Manchmal bedarf es nur einer kleinen Perspektivverschiebung, um die Welt genauer sehen zu können. Die Ich-Erzählerin von Julia Joosts Debütroman liegt unter einem Lastwagen und schaut sich das Geschehen um sie herum von unten an. Währenddessen zählt ihre Freundin Luca von 100 auf 0 herunter. Das Spiel heißt »Verstecken«, doch tatsächlich wird in diesem Buch viel von dem sichtbar, was über einen langen Zeitraum hinweg verborgen wurde. Es ist das Jahr 1994 und die Ich-Erzählerin ist elf Jahre alt. Julia Joost gibt ihrer Protagonistin bewusst keinen Namen, streng genommen noch nicht einmal ein Geschlecht, bloß den Anfangsbuchstaben J. Doch anhand des Umstandes, dass ihre Eltern sie permanent und gegen ihren Willen in Mädchenkleider stecken möchten, darf man eine vorsichtige Zuordnung wagen. Da liegt sie also unter dem LKW und sieht die Welt knieabwärts. Der Lastwagen steht auf dem Hof ihrer Eltern und gehört einem Umzugsunternehmen. Der Vater hat mit seiner Firma viel Geld verdient. Nun kann die Familie sich den vor allem von der Mutter lang ersehnten Umzug in die Stadt leisten. Ein sozialer Aufstieg, fort aus der Kärntner Provinz, fort vom Gratschbacher Hof, von den Jagdvereinen und Wirtshausgesellschaften, weg von jenem Ort, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Der Preis für den besten Titel der Saison dürfte Julia Joosts Roman sicher sein. Doch nicht nur der. Es ist ein sprachlich wuchtiges, reich orchestriertes und mitreißendes Buch, das der Kärntner Schriftstellerin gelungen ist. Von ihrem Platz unter dem Lastwagen aus sieht die Erzählerin noch einmal die Bevölkerung des Dorfes vorbeiziehen. Die unmittelbaren Eindrücke sind immer wieder verknüpft mit weiten Erinnerungsbögen, die bis in die Zeit des Nationalsozialismus zurückreichen. Zugegeben, weder der sprachliche Furor noch das historische Hintergrundwissen entsprechen dem Horizont einer Elfjährigen. Julia Joost hat, um die kindliche Perspektive aufzubrechen, zwischen ihrer Hauptfigur und dem Text eine reflektierende Erzählinstanz geschaltet. Technisch geht das nicht ganz sauber auf, aber es ist ungemein wirkungsvoll. So reihen sich Geschichten an Geschichten, die sich zu einem Anti-Heimatroman klassisch-österreichischer Prägung verbinden. Da ist eine tödliche Mutprobe unter Kindern, bei der der aus der Stadt zugezogene Franzi in einen Brunnen und unglücklicherweise in ein zuvor abhandengekommenes Messer mit der Gravur »Meine Ehre heißt Treue« hineinfällt. Da ist die Stubenhof-Oma, die Großmutter der Erzählerin, die noch heute stolz erzählt, dass in Kärnten 99,83% der Bevölkerung seinerzeit für den Anschluss an das Deutsche Reich votiert hätten. Und da ist Gernot Pfandl, der fesche Feuerwehrhauptmann mit dem Schmiss im Gesicht, der seinerzeit den kleinen Franzi aus dem Brunnen gezogen hat. Pfandl ist eine besondere Figur, ein politischer Aufsteiger, der den Stammtisch beherrscht. Erst wird er zum Dorfbürgermeister gewählt, dann zieht es ihn weiter in die große Politik, wo er zum Star einer aufstrebenden Rechtsaußenpartei wird. Pfandl ist in seiner Anlage eindeutig an den zu dieser Zeit aufstrebenden Jörg Haider angelehnt. Thomas, der ältere Bruder der Ich-Erzählerin, wird später zu Pfandls Chauffeur. Es ist ein Aufwachsen im Waldheim Österreich, das hier in einer nur auf den ersten Blick urwüchsig anmutenden Sprache beschrieben wird. Tatsächlich aber ist der hypotaktische Sound, die Mischung aus Umgangssprache und dialektalen Einsprengseln, sorgfältig hergestellt. Er verleiht dem Roman Atmosphäre und Musikalität zugleich. In diesem Sprechen werden althergebrachte Ordnungsvorstellungen aufgesprengt. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, ist auch die Geschichte einer queeren Emanzipation, denn zwischen der Ich-Erzählerin und der gleichaltrigen Luca bahnt sich früh etwas an, das weit über eine Freundschaft hinausgeht. Julia Joost hat mit ihrem Debüt den Anti-Heimat-Roman auf den aktuellen Stand gebracht. Julia Joost, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Surkamp Verlag, 234 Seiten, 24 Euro. 2238 Meter über dem Meer. So hoch ist der höchste Gipfel der Karawanken, dieser Gebirgsstock im Süden Österreichs Kärnten, an der Grenze zu Slowenien. Warum das wichtig ist? Na, weil ihr Debüt-Roman dort spielt. Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. So heißt er, geschrieben von Julia Joost. Jahrgang 82. Sie lebt schon lange in Berlin und in Wien, wo sie als Regisseurin und Dramaturgin vor allem am Theater arbeitet. Jetzt also ihr Debüt. Ich durfte neulich mit ihr sprechen. Spannende Persönlichkeit und eine spannende Coming-of-Age-Geschichte, die sie sich da ausgedacht hat in Kärnten. Theresa Hübner stellt uns dieses Buch genauer vor. Ein elfjähriges Mädchen, wie es heißt, ist nicht klar, aber ihr Name beginnt mit J, sitzt unter einem Lkw und spielt Verstecken mit ihrer besten Freundin. Ich höre sie leise durch das Menschengemengel 91, 90, 89 in die Mauer unseres nunmehr ehemaligen Wohnhauses zählen. Es ist 1994 in Kärnten und die Ich-Erzählerin lebt mit ihren Eltern und zwei Brüdern auf dem Gratschbacher Hof, malerisch gelegen mit Blick auf das mächtige Gebirgsmassiv der Karawanken. Doch die Eltern haben den Hof verkauft. Es ist Umzugstag. Von ihrem Versteck aus beobachtet die Elfjährige das Umzugsgewusel der Erwachsenen um sie herum, als plötzlich aus einer Kiste ihr altes Klassenfoto fällt. Darauf ist auch Franzi, der fünf Jahre zuvor neu in ihrer Klasse war. Um in die Dorfklicke aufgenommen zu werden, musste er eine Mutprobe mit einem Messer bestehen. Das hatte Ludwig, genannt Lindwurm, mitgebracht. Der Lindwurm schob den aus Verlegenheit angefrorenen Franzi beiseite und griff nach seinem sehr besonderen Messer mit der Gravur »Meine Ehre heißt Treue«, das er der großväterlichen Waffenkammer heimlich entnommen hatte. Doch das sehr besondere Messer fällt versehentlich in einen Brunnen. Franzi soll es zurückholen, die Kinder binden ihn dazu an ein Seil. Einen Meter nach dem anderen seilten wir ihn ab ins dunkle Loch. Plitsch, Plitsch, Plitsch. Und dann folgte nach einer Weile das Platsch, zu dem wir schlagartig nach hinten kippten, das nun lose Tau in unseren Volksschulhänden. Dann hörten wir's Gurgeln und Zuckeln aus dem Brunnen, bevor es still wurde im Wald. Die Geschichte des toten kleinen Franzi sorgt dafür, dass man gleich beim Lesen der ersten Seiten dieses Buches die Luft anhält. Sie ist ein roter Faden der Geschichte. Immer wieder erinnert sich die Erzählerin an weitere Details der Tragödie. Julia Joost hat ihren Roman dramaturgisch geschickt aufgebaut. Das Lkw-Versteck des Mädchens am Umzugstag ist die Basis. Von dort aus berichtet sie und breitet ein ganzes Panorama des Kärntner Dorfes aus. Nach und nach kommen immer mehr Nachbarn und Bekannte, um beim Umzug zu helfen. Sie alle haben ihre großen und kleinen Geheimnisse und die Elfjährige kennt sie alle. Sie weiß von schlimmen Trinkgelagen, wer wen betrügt und welche Väter ihre Kinder verprügeln. Und auch über die eigene Familiengeschichte weiß sie bestens Bescheid. Zum Beispiel, wie die Großmutter den Großvater kennengelernt hat. Die Berti-Oma lief oft am Flughafen vorbei und an den Plakaten. Es waren NSDAP-Plakate. Einmal blieb sie vor einem solchen mit der Aufschrift »Ein Volk, ein Reich, ein Führer« stehen, das Hitler im Profil zeigte. Bis sie von einem jungen und sehr großen Mann unterbrochen wurde. »Gerst Lerber mit ihm oder Lerber mit mir auf einen Getreidekaffee?«, fragte der Opa. Und weil die Oma Politiker generell abstoßend fand, ging sie mit meinem Opa auf einen Getreidekaffee und heiratete ihn. Julia Joost baut reichlich Kärtner Dialekt in ihren Roman ein, aber immer wird dieser geschickt übersetzt und zudem kursiv gedruckt, was dem nicht-dialektkundigen Leser hilft. Und obwohl sich reichlich Abgründe in den Biografien der Nachbarn auftun, obwohl in der bergigen Idylle ein politisch tiefbrauner Sumpf heranwächst, ist, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, auch voller Ironie und Humor. Es ist ein Witz, der oft aus der Unschuld und der unbefangenen Erzählweise dieser cleveren und durchaus wehrhaften elfjährigen Erzählerin entsteht. Julia Joost lässt ihre Heldin beobachten, die Leserinnen und Leser aber eigene Schlussfolgerungen ziehen. Geh ruhig tiefer hinein, immer dem Dunkel nach und der Stille. Tiefer reingehen, genau das tut Julia Joost in ihrem großartigen Debütroman. Ihre Coming-of-Age-Geschichte geht dahin, wo es wehtut. Sie zeigt, wie der in den 90ern aufblühende Rechtspopulismus um Jörg Haider und seine FPÖ die Gesellschaft vergiftet hat. Ein Gift, das heute noch nachwirkt. Julia Joost, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, ist eine bitterböse, schonungslose Abrechnung mit braunem Vergangenheitskitsch und moralischer Bigotterie zwischen Kruzifix und Stammtisch. Julia Joost, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Das Buch erscheint im Surkamp Verlag. NDR Kultur Neue Bücher Das österreichische Bundesland Kärnten im Dreiländereck zwischen Slowenien und Italien hat schon viele große Dichter hervorgebracht. Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Gerd Jonke, Josef Winkler, um nur einige zu nennen. In diese Reihe möchte Anne-Marie Stoltenberg die 1982 in Kärnten geborene Julia Joost stellen. Ihr Debütroman trägt den wunderbaren Titel »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht«. »Das geht doch nie über Bodenbach hinaus«, soll Max Broth ausgerufen haben, als er Texte von Franz Kafka kennenlernte. Wir wissen inzwischen, es ging. Bei Julia Joost war mein allererster Gedanke, das versteht doch nur jemand, der Kärnten kennt. Hoffen wir auch hier das Beste. Die Dialektpassagen, die in den Text eingeflochten sind, werden dezent im jeweils folgenden Absatz übersetzt. Aber sie sind wichtig, um sich in den Tonfall in der Kärntner Provinz einzufinden. Wir begleiten ein Mädchen, das irgendwo hinter Feldkirchen auf dem Gratschbacher Hof aufgewachsen ist. Die Gratschbacher Gegend ist ein Wald ohne Augen. Ohne Sträucher und Äste, die sich hinter deinem Rücken raschelnd zusammenbiegen, um die Todesangst vorzubereiten, die sie gleich in dir auslösen werden. Einen sprechenden Wolf gibt es auch nicht, der dir geifernd zusieht, wie du Tellereisen jagst. Hinterlist und Bosheit sind, auf diese Fauna wie Flora bezogen, Kokolores, mit einem Wort meiner Mutter ausgedrückt. Der Gratschbacher Wald und die Felder, die Wiesen, der Teich, sind eine ganz übliche Summe aus Pflanzen, Wasser und Tieren, die darin wohnen. Sonst nichts. Das ist alles, was es mit der Gratschbacher Gegend auf sich hat. Gefährlich sind nur die Menschen. Die Ich-Erzählerin beschreibt den Tag, an dem eine Gruppe von Kindern, den Franz Ruck, ein gerade erst zugezogenes Kind, in einen Brunnen abseilte. Das Kind kam dabei ums Leben. Auf diese Tragödie kommt das sich erinnernde Mädchen immer wieder zurück. Alle im Dorf sind danach auf je unterschiedliche Weise traumatisiert. Die Familie des Mädchens wird den Gratschbacher Hof verkaufen und wegziehen. Beide Elternteile kommen aus kargen Verhältnissen. Aber der Vater hat es durch den Handel mit Lastwagen zu einem kleinen Vermögen gebracht. Und vor allem die Mutter möchte in die bürgerliche Oberschicht aufsteigen. Dazu gehört unter anderem Klavierunterricht für die Tochter. Der Lehrer, davon ist das Kind überzeugt, hasst sie, seine schlechteste Schülerin. Wenn meine Mutter einmal nicht beim Unterricht dabei sein konnte, wurde er grob und klopfte mir auf die Finger. Wegen meiner geschicklosen Fingerhaltung, meiner verhuscht angeschlagenen Töne bei ausnahmslos jeder Etüde. Das Versagen beim Klavierspiel ist noch das geringste Problem, mit dem das Kind zu kämpfen hat. Das Mädchen wäre lieber ein Bub und sie liebt ein anderes Mädchen. Es gibt in diesem Roman heftige Szenen, die das oft unfassbar raue Miteinander in dem dörflichen Umfeld großartig einfangen. Die Liebe der Ich-Erzählerin zu Luca, die aus Bosnien stammt, bildet das Gegengewicht. Das ist das Drachenblut, in dem sie baden kann. Dann flüsterte sie mir ins Ohr, dass sie es in ihrem Leben nicht so weit gebracht hätte, wäre sie immer vernünftig gewesen und küsste mich. Durch den Kuss waren meine Wunden unmittelbar geheilt. Der Roman von Julia Jost ist sprachlich brillant, unbestechlich in seiner Wahrhaftigkeit und eine literarische Sensation. Allerdings handelt es sich um Schwarzbrot, etwas zum Durchbeißen. Findet Annemarie Stoltenberg der Roman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, von Julia Jost. Ihr Debüt, 234 Seiten, ist im Surkamp Verlag erschienen, zum Preis von 24 Euro.